Hallo meine Freunde, hier ist wieder euer Eidgenosse. Ich zeige euch heute zwei meiner Steinschalenmesser. Die Steinschalen wurden auf den Typ Victorinox Dual Pro montiert. Das ist der Messertyp der auch von der niederländischen Armee verwendet wird. Mit der Wellenschliff, Einhandklinge, Weitmesser und den Öffnern. Wobei ich mir jetzt nicht sicher bin ob die Korkenzieher haben. Ihr könnt ja selber nachschauen. Das hier ist anderer Granit. Könnt ihr mal gucken. Ist eigentlich einer meiner Lieblingsgranitsorten. Gut verarbeitet. Auch von dem selben Unternehmen, was für Victorinox die anderen Steinschein anfertigt. Wirklich klasse. Vollständigkeit halber hier. Die Gesteinsart heißt Gneiss. Er hat so einen leichten Glitzer noch drin. Ich versuche den mal einzufangen. Hier müsst ihr mal drauf achten. Hier sieht man es ein bisschen. Sieht ihn echt noch besser aus. Man kann es erahnen. Also Natura und den Lichtverhältnissen sieht es noch ein Stück besser aus. Ja fühlen sich sehr kalt an. Sind sehr glatt. Quasi wie polierter Stein. Oder ein bisschen abfällig gesagt wie eine Fliese. Oder wie so ein Steinfußboden. Ja ganz toll. Ich denke macht sich macht sich sehr gut in der Vitrine. Es ist nicht so ein Messer, was ich jetzt mit mir herumschleppen würde zum zum benutzen. Ja ich hoffe es hat euch gefallen. Lasst ein paar Kommentare da oder sagt dazu was wie ihr die findet. Ich würde mich freuen. Macht's gut.